Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Flughafen-Express nach München Flughafen-Terminal über Neufahren Niederbayern, Landshut Hauptbahnhof, Moosburg, Freising. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Welcome to the airport express service to Munich Airport Terminal. Nächster Halt, Obertraubling, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Nächster Halt, Köfering, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Nächster Halt, Hagelstadt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Nächster Halt, Eckmühl, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Neufahren Niederbayern. Nächster Halt, Landshut Hauptbahnhof. Nächster Halt, Moosburg. Nächster Halt, Freising. Nächster Halt, Neufahren Niederbayern.